Vollfahrtiges Aussehen, viel Kraft und genauso viel Herz – der Siberian Husky ist ein toller Hund aus dem hohen Norden. Immer öfter ist er auch bei uns anzutreffen. Jetzt erfahrt ihr, wie sich die Schlittenhunde über die Jahrhunderte entwickelt haben und wie sich das Zusammenleben mit einem solchen Bewegungsmonster am besten gestalten lässt. Wie der Name schon verrät, stammt der Siberian Husky ursprünglich aus Sibirien, der nördlichsten Region Russlands. Schon seit 2000 Jahren leben dort die Inui mit dem kräftigen Husky zusammen. Er diente ihnen vor allem als Zug- und Nutztier, war aber auch schon immer ein geschätztes Familienmitglied. In solcher Abgeschiedenheit blieb die Rasse über Jahrhunderte rein. Der Husky ist damit näher mit dem Wolf verwandt als viele andere Hunderassen. Und sieht auch ein bisschen so aus. Übrigens, auf unserem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Rasseporträts. Abonniert uns einfach, dann bekommt ihr immer gleich mit, wenn wir was Neues für euch haben. Anfang des 20. Jahrhunderts brachte ein sibirischer Pelzhändler die Tiere nach Alaska und trat dort mit ihnen bei einem Hundeschlittenrennen an. Die vergleichsweise schlanken Huskys wurden vom Publikum erst noch belächelt, schafften es aber tatsächlich direkt auf das Siegertreppchen. Bald darauf begann auch schon die Zucht dieser überzeugenden Hunderasse in Alaska. Die Anerkennung der Huskys erfolgte dann aber erst 1930 in den USA und in Europa sogar erst 1966. Der Husky ist ein mittelgroßer Arbeitshund. Er ist muskulös, ausdauernd, leichtfüßig und unglaublich stark. Rüden werden bis zu 60 Zentimeter groß und 28 Kilo schwer. Weibchen bleiben mit maximal 56 Zentimetern und bis 23 Kilo etwas kleiner und leichter. Die Pfoten sind für die Größe vergleichsweise klein und das hat seinen Grund. Der Winterhund verliert darüber nicht so viel Wärme. Auf dem leicht gerundeten Kopf sitzen die dicht behaarten Ohren hoch und eng beieinander. Vor allem am Fell erkennt man den nordischen Typen. Er ist pelzartig, mittellang und bietet mit der weichen, dichten Unterwolle den perfekten Schutz gegen eisige Kälte. Die Haut des Huskys scheidet zudem Fett aus, um sie vor Wasser, Unterfrierungen, aber auch vor direkter Sonneneinstrahlung und damit Überhitzung zu schützen. Die Unterwolle ist rein weiß oder leicht gefärbt, das Decker kommt in allen Farben vor, zum Beispiel weiß, grau, rot oder schwarz. Im Kopfbereich haben Huskys oft ganz eigene Fellzeichnungen, ein bisschen wie Masken. Die buschige Rute hat fast keine Unterwolle und wird zum Nasenwärmen eingesetzt. Im Schneesturm rollen sich die Huskys zusammen und stecken die Schnauze unter den Schwanz, der als Luftfilter die Luft vorwärmt. Das absolute Highlight sind die mandelförmigen und die meist strahlend blauen Augen. Einige Hunde haben auch bernsteinfarbene oder eine faszinierende Mischung aus beidem, dann sind sie Odd-Eyed. Da der Husky schon bei den Inuit als Familienmitglied aufgezogen wurde, ist er super sozial und verträglich. Er ist lieb zu Kindern und ein wirklich treuer Gefährte. Das plüschige Nordlicht sucht immer den Anschluss zum Rudel und bleibt nur ungern allein. Er eignet sich übrigens nicht als Wachhund, da er selbst zu Fremden ziemlich freundlich ist. Auch mit Artgenossen kommt er sehr gut zurecht. Bei aller Liebenswürdigkeit darf aber sein ausgeprägter Jagdtrieb nicht vergessen werden. Also Achtung auf euren Trips in der freien Natur! Das sibirische Energiebündel braucht viel Bewegung, damit er ausgeglichen ist und sanftmütig bleibt. Als Husky-Halter solltet ihr am besten selbst aktiv sein, also wirklich sehr, sehr, sehr aktiv. Viel Spazierengehen, Joggingrunden, Schwimmen im See oder hin und wieder eine Radtour – alles super, aber für den Husky nicht genug. Auch Hundesport wie Agility-Training ist eher nichts für den ursprünglichen Schlittenhund. Am besten wäre wirklich der Schlittensport, um einen Husky auszulasten. Es braucht übrigens auch nicht unbedingt Schnee, das geht auch sehr gut auf Rädern. Erkundigt euch doch mal, ob es zum Beispiel einen Verein in eurer Nähe gibt. Zuhause sollte es am besten ein Haus mit Garten sein und am allerbesten ein Garten mit einem zweiten Husky. Denn als ausgeprägte Rudeltiere fühlen Huskys sich nur in Gesellschaft so richtig wohl und wenn ihr das nicht nonstop erfüllen könnt, dann ja vielleicht mit einer zweiten Fellnase. Arbeitssam, intelligent und aufmerksam wie er ist, könnt ihr euren Husky gut erziehen. Ihr solltet dabei aber sehr konsequent sein und der Hund muss unbedingt ausgelastet sein. Wenn ihr den Körper und Geist eures Huskys gut fordert, wird er euch ein treuer und liebevoller Begleiter sein. Trotz des dichten Fells braucht der Husky eigentlich keine besondere Pflege außer regelmäßiges Bürsten. Im Sommer ist es zudem wichtig, auf ausreichend kühle Plätze zu achten, da die Hunde so eine dichte Unterwolle haben. Also ab in den Schatten oder ins kühle Nasten. Traut ihr euch an den Husky ran oder habt ihr sogar schon einen oder vielleicht auch mehrere zu Hause? Wie powert ihr die Sportskanonen so richtig aus? Verratet das gerne in den Kommentaren. Viel Spaß und bis bald auf diesem Kanal!